Hey YouTube, hier Magic Gaming. Heute jetzt nur noch mal ein kurzer Vlog. Ich hau dir wahrscheinlich gleich hinter das Ghost Recon Part 6. Muss nur mal kurz sagen, Assassin's Creed 3 ist episch dieses Spiel. Ich packe hier die Links von, einfach, ich guck gleich mal, also auf jeden Fall vom offiziellen Trailer. Was ihr auf jeden Fall reinziehen müsst, ist die Demo. Und ich guck gleich mal, was man noch vernünftiges reintun kann. Ich sehe hier gerade noch Connors Weapons, Weltpremiere. Ich guck gleich mal. Auf jeden Fall werde ich hier so 2, 3, 4, 5, 5, 6 links reinpacken. Die obersten beiden sind die wichtigsten. Und die danach sind so auch ganz cool. Ich finde es interessiert. Aber auf jeden Fall die obersten beiden mal angucken. Sehr cooles Spiel. Das wär's auch schon. Bis dann Leute. Ciao.